Kennst du auch dieses Problem? Dann ist das hier was für dich. Ich habe wirklich alles probiert, damit sich meine Unterwäsche nicht so unangenehm hochzieht. Habe ein Bett aus Binden gebaut oder habe versucht, es mit Oversize-T-Shirts zu kaschieren. Nichts hat geholfen, die Klamotten haben sich immer ungemütlich in den Schritt gezogen. Aber seitdem By By Toe den Tanga rausgebracht hat, habe ich nichts mehr anderes angezogen. Die eingearbeitete, weiche Verstärkung im Schritt sorgt dafür, dass der Tanga angenehm aufliegt und nicht mehr hochrutscht. So zaubert er eine perfekt gerade Linie. Die Unterwäsche zwickt sich dadurch nicht ein und bleibt da, wo sie sein soll. Der Tanga besteht aus einem sehr hochwertigen Material, sodass du ihn beim Tragen nicht spürst und er sich somit nicht auf der Kleidung abzeichnet. Der Tanga ist einfach unsichtbar und verformt nichts und so fühle ich mich einfach maximal wohl. Das ist definitiv mein Gamechanger.